Hallo im Küchengarten! Heute möchte ich euch etwas über eine ganz besondere Pflanze erzählen. Das war eine der ersten, die ich hier bei mir im Garten zusätzlich kultiviert habe, nachdem wir das Haus und das Grundstück übernommen haben und ich mich dazu entschlossen habe, hier einen Natur-Permakultur-Garten anzulegen. Und zwar ist das der Beinwell. Ihr seht ihn hier hinter mir. Als wir den Garten und das Grundstück übernommen haben, war es ein typischer Garten aus den 90er Jahren. Also sehr gepflegt, kein Umkräutchen irgendwo, alles akkurat geschnitten und angelegt. Und schon damals, das war vor circa zwölf Jahren, also ich habe mir schon viel früher Gedanken darüber gemacht, aber als wir dann hier diesen großen Garten hatten, wurde das ganze natürlich noch aktueller. Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie ich meinen Garten nützlingsfreundlich und kreislaufmäßig anlegen konnte, damit ich hier umweltfreundlich und im Einklang mit dem ganzen Ökosystem wirtschaften kann. Eine der ersten Pflanzen, auf die ich dabei gestoßen bin, war eben der Beinwell, der aufgrund seiner langen und ausdauernden Blüte für die Insekten wunderbar ist, vor allem für die Humeng, da die Blüten so trichterförmig sind. Die kommen wirklich in Massen und sind von früh im Frühling bis spät in den Herbst vertreten. Das ist eine Freude zu sehen, wie sich die Hummeln daran laben. Die Pflanze ist schon seit über 2000 Jahren bekannt als Heilpflanze. Die Blätter enthalten den natürlichen Wirkstoff Allantoin. Dieser ist besonders gut für die Zellregeneration und wird deswegen bei der Wundheilung und auch in sehr vielen Kosmetikprodukten verwendet. Viele Leute trocknen die Blätter, verarbeiten sie zu einer Creme und setzen sie dann als natürliche Wundsalbe ein. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Heute soll es auch eher darum gehen, wie die Pflanze im Garten eingesetzt werden kann, um eure Bodenstruktur zu verbessern als natürlicher Dünger und auch zum Pflanzenschutz. Der Beinwell gehört zur Familie der Rauhblattgewächse, so wie der Boric auch. Er kann bis zu ein Meter hoch werden, ist ein Dauerblüter und der absolute Vorteil für euren Garten ist, dass er eine lange Pfahlwurzel hat. Das heißt, er gräbt sich sehr tief in den Boden hinein, lockert ihn dadurch auf und transportiert die Nährstoffe, die sich tief im Boden befinden, nach oben. Und was zusätzlich noch ganz toll ist, neben Stickstoff und Phosphor beinhalten seine Blätter zusätzlich auch andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Kalium. Was ich euch da aber vorneweg gleich unbedingt sagen möchte, ist, dass der Beinwell sehr invasiv ist. Er vermehrt sich wirklich ganz, ganz einfach. Das heißt, ihr müsst euch ganz sicher sein, dass ihr ihn in eurem Garten haben wollt, weil los werdet ihr wahrscheinlich nie mehr. Ich verwende den Beinwell total gerne als Unterpflanzung für meine Obstbäume, da er eben die Nährstoffe tief aus dem Boden hinauf transportiert und die verwelkten Blätter nachher eine wunderbare Mulchschicht, also natürlich die nicht verwelkten auch, die bedecken den Boden wunderschön und nachher lasse ich sie einfach liegen. Sie fallen im Herbst dann in sich zusammen und bilden eine nährstoffreiche Mulchschicht über den Winter. Die Vermehrung geht wirklich total einfach. Wie gesagt, wenn ihr ihn nicht in eurem Garten haben wollt, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich ihn einbringen würde als neu pflanze. Ich zeige euch jetzt, wie ich ihn unter meinen Nektarinenbaum frisch ansiedle. Dazu habe ich hier so kleine Ableger ausgerissen, die einfach in den Fugen meiner Natursteinplatten hochgekommen sind. Ihr seht jetzt hier an den Wurzelresten, wie überall schon kleine, frische, neue Wurzeln sprießen und diese Ableger werde ich jetzt unter dem Baum einfach einpflanzen. Zusätzlich kann man einfach ein paar Blüten abzupfen, auswerfen, die kommen wirklich sehr leicht im nächsten Jahr wieder hoch oder auch einfach ein Blatt mit einem langen Stängel abzupfen und dieses dann einpflanzen, immer gut feucht halten und auch dieses wird nachher wurzeln. Wie gesagt, das ist wirklich sehr einfach. Großartig lässt sich der Beinwell natürlich als Mulch einsetzen. Das werde ich jetzt hier bei meinem frisch gepflanzten gleich machen. Ihr habt gesehen, der Boden ist zwar gemulcht mit Überresten, die ich aus meinem Gartentümpel, also aus dem Entenbad, rausgefischt habe, was auch einen guten Nährstoff gibt und den Boden langfristig aufbessert. Trotzdem werde ich das Ganze jetzt mit Beinwellen mulchen. Dazu reiße ich einfach die Blätter ab. Die reiße ich dann einfach klein. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Schere machen, je nachdem, was euch lieber ist. Und damit mulche ich dann meine Beete ab. Da der Beinwell so üppig wächst, ist da natürlich auch eine Masse an Grünmaterial vorhanden. Und die Nährstoffe, die er eben aus den tiefen Schichten des Bodens nach oben transportiert hat, bringe ich somit wieder in meine Beete ein. Meine allerliebste Anwendungsmethode für den Beinwell ist das Herstellen einer nährstoffreichen, pflanzenschützenden Jauche. Gerade in der jetzigen Zeit, ich habe letztens in den Nachrichten gehört, dass die Düngemittel knapp werden aufgrund der Ukrainen-Krise, was ich zuerst überhaupt nicht verstehen konnte. Aber weil die Energiepreise so stark steigen, wurde da die Produktion so heruntergefahren. Und man spürt jetzt auch, wir Kleingärtner spüren hier schon die Preissteigerung. Und da ist dieses alte Wissen der Herstellung von nährstoffreichen Jauchen natürlich ganz super toll, weil man sich diese Jauchen einfach selbst herstellen kann und sie eigentlich genauso gut wirken wie die künstlich hergestellten Düngemittel. Wie mache ich das jetzt? Das Tolle ist auch beim Beinwell, man kann zwei bis drei bis vier Mal pro Jahr diese Blätter ernten, weil er so wuchsfreudig ist. Ich nehme einfach eine Schere oder man kann auch einfach reißen und schneide mir hier alle Pflanzenteile großzügig ab. Manche Leute nehmen nur die Blätter. Ich mache da keinen Unterschied. Ich stopfe einfach alles in meinen Topf. Ihr könnt es auch klein schneiden, aber die Mühe muss man sich gar nicht machen. Es funktioniert so auch wunderbar. Ihr müsst auch keine Sorge haben, dass ihr durch die Blüten oder durch die Blüten oder die Stängel, die hier drinnen sind, den Beinwell überall in eurem Garten verbreitet. Denn durch den Vergärungsprozess wird das Material sowieso total aufgelöst und zersetzt. Und nachher werden dann, falls doch noch feste Bestandteile in dieser Jauche drin sind, werden die dann herausgesiebt und nur der Saft wird verwendet. Also da besteht überhaupt keine Gefahr der Verbreitung. Je nachdem wie viel Jauche ihr haben wollt, füllt ihr euch euren Kübel an, drückt das Ganze etwas zusammen und bedeckt es dann mit Regenwasser. Falls ihr kein Regenwasser habt, geht auch mit Leitungswasser. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Das Ganze bleibt dann circa eine Woche bis zehn Tage oder sogar länger stehen. Einmal am Tag rühre ich das Ganze um. Ihr werdet dann von Tag zu Tag sehen, dass das Grünmaterial immer stärker zusammenfällt. Es wird anfangen sehr stark zu stinken, da natürlich eine Verjauchung einsetzt. Und durch diese werden dann die Nährstoffe, die in den Blättern gespeichert sind, herausgelöst und gehen in die Flüssigkeit über, also in das Wasser. Das macht dann die Jauche so wertvoll. Das Ganze decke ich dann mit einem alten Tuch ab, damit keine Insekten hineinfallen. Ich könnte es noch mit so einer Steinplatte beschweren. Das werde ich dann wahrscheinlich, damit das Tuch nicht wegfliegt beim nächsten Wind. Oder so eine Holzplatte, die ist nicht ganz so schwer. Als kleinen Tipp gegen die starke Geruchsbildung in solchen Jauchen ist Urgesteinsmehl. Da gibt man ein paar Hände voll, also je nachdem wie viel Jauche ihr angesetzt habt, das macht ihr auch Pi mal Daumen, in diese Jauche hinein, rührt das Ganze gut um. Und dieses Urgesteinsmehl bindet den Geruch sehr gut. Es stinkt dadurch nicht ganz so intensiv. Nach ca. 10 Tagen, also wenn die Jauche während dem Umrühren nicht mehr schäumt, dann seht ihr, sie ist fertig. Das dürft ihr auch nicht so genau nehmen. Das ist je nachdem, wie warm es draußen ist, immer unterschiedlich. Das müsst ihr auch selber entscheiden. Wenn keine Schaumbildung mehr da ist, dann ist sie meistens fertig. Dann könnt ihr die letzten Reste der festen Bestandteile herausfiltern und die verbleibende Jauche dann entweder in Flaschen füllen oder in den Topf lassen. Und ich mache das immer mit so einer alten Suppenkelle direkt in meine Gießkanne. Zum Düngewert muss ich sagen, das ist auch eher Pi mal Daumen, da jede Jauche sich natürlich anders entwickelt und ihr nicht genau wisst, wie viel Nährstoffe in diesen Beinwellblättern wirklich enthalten ist. Ich mache das auch immer so Pi mal Daumen. Das Gärtnern ist ein Erfahrungsprozess und ihr seht selber, was eurem Pflanz und eurem Boden gut ist. Als Richtlinie würde ich sagen, ein Teil dieser Jauche zu zehn Teilen Wasser. Die Beinwelljauche ist nicht nur besonders gut, um Nährstoffe dem Boden und euren Pflanzen zuzuführen, sondern sie erhöht auch die Widerstandskraft eurer Pflanzen gegen Spinnmilben, Läuse und auch gegen Mehltau. Ein weiterer Vorteil des Beinwells ist auch, dass man ihn als Futtermittel verwenden kann. Kaninchen, Hasen und auch Hühner mögen ihn wahnsinnig gerne. Natürlich nicht als Alleinfuttermittel, aber um den Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten, ist er wirklich sehr geeignet und eine dankbare Pflanze. Das war es für heute mit diesem Video zu einer meiner Lieblingspflanzen in meinem Naturgarten, dem Beinwell. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen. Lasst mich doch gerne wissen, was ihr von diesen ganzen natürlichen Maßnahmen haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen rauf da lassen oder einen Kommentar schreiben. Das freut mich immer sehr. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, wünsche euch viel Erfolg in eurem Garten bei der jetzigen großen Erntezeit. Ich hoffe, ihr übersteht die momentane Trockenheit gut. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal hier bei mir im Küchengarten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.